Hallo und herzlich willkommen zu meinem Maiabschluss. Ja, ich weiß, ich bin sehr spät dran. Juni ist auch schon fast zur Hälfte um. Trotzdem bin ich euch natürlich noch Zahlen des letzten Monats schuldig, also noch einmal alles aufgelistet, was an Einnahmen reingekommen und an Ausgaben natürlich rausgegangen ist. Was die Einnahmen angeht, fange ich natürlich mit dem Einkommen an, sprich was hatte ich in erster Linie zur Verfügung. Das waren ja 1.616,55 Euro insgesamt. Dann sind über den Monat verteilt noch Dividenden in Höhe von 27,87 Euro reingekommen, was natürlich entsprechend über die Sparpläne wieder reinvestiert wird. Zinsen, damit sind die Zinsen auf Ballower gemeint. Das waren insgesamt 47,56 Euro. Da sind ja drei wesentliche Go-and-Grow-Töpfe, denn in Einzelkrediten habe ich ja jetzt nicht so viel. Das sind nur ein paar Euro, also so ein, zwei Euro, was da im Monat rumspringt. Und das Haupt kommt natürlich von den Go-and-Grow-Töpfen. Da habe ich unter anderem einen Teil meiner Steuerrücklagen, die für letztes Jahr gedacht sind oder für eine drohende Nachzahlung von letztem Jahr gedacht sind. Dann natürlich der größte Topf ist für die Bafel-Rückzahlung und mein Urlaubstopf, den ich hoffentlich dieses Jahr plündern werde. Mal schauen, ob es dieses Jahr mit Urlaub klappt. Aber in der Zeit, wo ich das Geld jetzt noch nicht brauche, kommen eben noch ein paar Euro Zinsen zustande und zusammen. Payback waren im Mai 4,89 Euro. Das lasse ich mir ja immer am Ende des Monats bar auf mein Konto überweisen. Vivid, da ist jetzt ebenfalls Cashback mit gemeint und das waren genau 4 Euro. Und sonstige Einnahmen waren 90 Euro. Jetzt habe ich das ein bisschen zu weit in der Mitte geschrieben. Lass mir die Null mal weg. Das heißt, insgesamt im Mai zur Verfügung hatte ich 1.790,87 Euro. Und bei den Ausgaben habe ich natürlich die Fixkosten. Das ist ja bei dem Mai-Budget, als ich das Ganze aufgestellt habe, habe ich das ja einzeln aufgelistet. Deswegen schreibe ich jetzt hier nur noch die Gesamtsumme hin. Das waren 906,78 Euro. Was da nicht mit abgegangen ist oder ich da jetzt nicht mit reingerechnet habe, ist die GEZ. Die habe ich ja ebenfalls bei dem Monatsbudget mit aufgelistet, dass ich weiß, dass das Geld auf dem Konto bleibt. Und was noch fehlt, ist der Krankenkassenbeitrag. Ich habe jetzt wieder eine Nachricht bekommen, mein Steuerbescheid sei, also von 2020 der Steuerbescheid, sei nicht vollständig eingereicht. Ich habe den mindestens schon zweimal abfotografiert, komplett von vorne bis hinten. Aber scheinbar war auf Seite 5 abgeschnitten, dass das die letzte Seite ist. Und deswegen haben die das nicht anerkannt, weil ich könnte ja noch eine Seite unterschlagen. Dabei habe ich sogar noch die letzte Seite, die im Übrigen eine vollständig leere Seite gewesen ist, habe ich auch noch mit abfotografiert und eingereicht. Aber ich könnte ja, weiß ich nicht, die Leute irgendwie auf den Arm nehmen wollen. Und deswegen wollten die das jetzt nochmal haben. Ich habe es jetzt eingescannt und per E-Mail geschickt, nicht mehr über die App. Das, wie gesagt, fehlt jetzt auch noch. Ich habe insgesamt drei Monate jetzt keinen Krankenkassenbeitrag bezahlt. Und sofern die das jetzt dann hoffentlich anerkennen, was ich eingereicht habe, dann werden die das neu berechnen. Und das werden wahrscheinlich so 204 Euro im Monat sein. Und das werden die dann auf einmal haben wollen. Ich habe das Geld auf dem Konto. Es ist aber noch nicht abgegangen. Und deswegen taucht es hier bei den Fixkosten entsprechend noch nicht auf. Verzerrt natürlich ein bisschen das Bild. Auf der einen Seite, wenn die dann auf einen Schlag irgendwie 600 Euro haben wollen. Und ich habe dann hier im, weiß ich nicht, Juni minus 600 Euro für Krankenkassenbeitrag. Aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch die Zahlungsein- und Zahlungsausgänge so wahrheitsgetreu wie möglich darstellen. Und wenn das noch nicht abgegangen ist, das Geld, dann ist es einfach noch nicht abgegangen. Und deswegen handhabe ich das so. Bei den Lebensmitteln bin ich im Mai ziemlich günstig weggekommen. Das war nämlich nur 125,79 Euro. Wobei man die Kategorie Essen auswärts auch noch mit dazu nehmen müsste oder mit dazu rechnen muss. Aber insgesamt an Lebensmitteln war es jetzt nicht so viel. Ich hatte auch noch einige Rabatte bei HelloFresh. Die habe ich genutzt. Die habe ich jetzt auch erstmal aufgebraucht. Mal gucken, wann die mir nochmal irgendwie so einen 30% Gutschein schicken oder so. Dann würde ich das auf jeden Fall wieder nutzen. Denn auch das hat mir einiges an Geld gespart. Benzin. Ich habe sogar mehr für Benzin als für Essen ausgegeben. Das waren 144,01 Euro. Und einen Cent für die Katzen habe ich in Mai nur 30,42 Euro ausgegeben. Dafür habe ich ja jetzt im Juni schon eine XXL-Bestellung gemacht, die dann natürlich zahlentechnisch ein bisschen anders ausgesehen hat. Geschenke waren jetzt letzten Monat auch nicht so viel. Das waren ja nur 10 Euro. Ich glaube, ich habe einen Blumenstrauß gekauft oder so. Kategorie Gesundheit waren 13,77 Euro. Da habe ich ja meine Hausapotheke noch ein bisschen aufgestockt. Und auch meinen Kleiderschrank für 45,93 Euro. Da muss ich jetzt aber auch nochmal das, was ich nicht mehr anziehe und nicht mehr so gut ist, entweder aussortieren. Also was man wirklich nicht mehr anziehen kann, aussortieren. Und alles andere wird dann zum Verkauf eingestellt. Haftpflicht ist im Mai fällig gewesen. Das ist eine Jahresrate. Also die fällt einmal im Jahr an. Und die bespare ich ja über mein Sinking Fund. Sprich, das ist jetzt nicht vom normalen Konto abgegangen. Das habe ich ja, also vom normalen Konto, damit meine ich jetzt das, was reingekommen ist im Mai. Sondern da habe ich mir jeden Monat 5 Euro für zur Seite gelegt, damit ich dann im Mai diese Summe entsprechend zur Verfügung habe. Und ich habe das dann auch umgebucht. Denn ich habe den Sinking Fund auf einem Unterkonto bei der Sparkasse. Das war, glaube ich, mal ein, weiß ich nicht, Sparbuch oder so. Und da parke ich meine Sinking Funds, wo ich weiß, die fallen einmal im Jahr an. Und dann habe ich das eben auf das normale Girokonto umgebucht und dann war das auch bezahlt. Für den Haushalt habe ich insgesamt 16,12 Euro bezahlt. Für die Kategorie Support. Da ist ja Twitch mit gemeint. Also Twitch-Abos, die ich entweder von, also selber abonniert habe von Creatern. Oder was man bei Twitch auch machen kann, ist Abos für andere zu verschenken. Und das mache ich auch gelegentlich. Das waren 23,94 Euro. Und die Kategorie Druckerie, da sollte ich eigentlich so langsam auch mal ein Budget anlegen. Habe ich jetzt für den Juni immer noch nicht gemacht. Das waren nämlich 17,79 Euro. So, Kategorie Auswärtsessen. Wie gesagt, müsste man eigentlich hier noch mit dazurechnen. Denn es ist natürlich Essen. Aber für mich persönlich ist Auswärtsessen ja nochmal eine andere Kategorie, als für sich selber zu kochen. Und da sind auch die Aufladungen für meine Mensakarte, also sprich, wenn ich in der Uni gegessen habe, die zählen ebenfalls zu Auswärtsessen. Und das waren insgesamt 51,60 Euro. Sonstiges, da kann ich jetzt rückblickend schon gar nicht mehr sagen, was es gewesen ist. Das ist auf jeden Fall irgendetwas, was ich den anderen Kategorien so nicht zuordnen kann. Das waren 14,39 Euro. Und somit komme ich insgesamt auf Ausgaben von 1.458,18 Euro. Und wenn ich das nochmal gegen Rechner... Also ich habe zur Verfügung gehabt die 1.790,87 Euro. Und 87 Cent minus die Ausgaben von 1.458,18 Euro. Macht insgesamt ein Plus. So viel kann man ja tatsächlich schon erkennen. Wo ist mein Taschenrechner? Also 1.790,90 Euro minus... Macht ein Plus von 332,69 Euro. Das heißt, das ist auf jeden Fall natürlich der wesentliche Punkt, dass da ein Plus am Ende des Monats rauskommt. Und das, wie gesagt, sind erstmal meine Zahlen für Mai. Ich weiß jetzt noch nicht, wann da die Mehrkosten entstehen. Also sprich für Krankenkasse und so weiter. Und was auf jeden Fall jetzt für Ende Juni ansteht, sind auch meine Balkonmöbel. Und das sind auf einen Schlag ja auch 200, 300 Euro. Das heißt, das Juni-Juli-Budget wird dann auf jeden Fall zahlentechnisch vermutlich anders aussehen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann hier eine rote Zahl steht. Aber wir lassen uns mal überraschen, was da so auf uns zukommt. Ich hoffe, euer Mai lief ebenfalls positiv, dass ihr nicht so viele Ausgaben hattet. Und falls doch, dass natürlich die Einnahmen entsprechend das Ganze abgefedert haben. Schreibt mir das sehr gerne mal unten in die Kommentare, wie euer Monat gelaufen ist. Das soll es für das Mai-Budget gewesen sein. Falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Und falls ihr euch grundsätzlich für die Themen Geld verdienen, Geld sparen und natürlich auch Geld investieren interessiert, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ist ja schließlich auch gratis. Und ansonsten, ganz egal, ob mit oder ohne Abo, freue ich mich natürlich trotzdem, wenn ihr bei meinem nächsten Video ebenfalls wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut.